Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Fahrradkette hier richtig reinigen und vor allem auch danach wieder richtig ölen kannst, dass diese einfach um einiges länger noch hält. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal möchte ich meine Fahrradkette vom alten Öl und vor allem auch vom Dreck befreien. Hierfür benötigen wir einen speziellen Kettenreiniger und am besten noch so ein Kettenreinigungsgerät. Mit diesem hier geht es nämlich um einiges schneller, als wenn ich die Kette zum Beispiel mit einer Zahnbürste oder einen Lappen säubern möchte. Das Kettenreinigungsgerät muss ich erst einmal aufmachen, hierfür den Deckel leicht nach vorne schieben, diesen abnehmen und dann fülle ich einmal den Kettenreiniger bis zu dieser Ecke hier oben auf, dass meine Bürsten innen drin auch mit diesem Kettenreiniger schon in Berührung kommen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Als nächstes am besten etwas unter das Fahrrad legen oder das Ganze natürlich einfach draußen machen, das Reinigungsgerät nehmen. Hier auf der rechten Seite befinden sich diese Gumminoppen, wo auch nochmal das Reinigungsmittel abgestreift wird. Dann gebe ich dieses einmal von unten einfach auf meine Kette hier unten drauf, nehme den Deckel, tue diesen draufgeben, das Ganze natürlich auch schön verschließen, dass es fest ist und am Ende noch den Griff hier außen ran machen. So, das war es dann auch schon. Jetzt mit der linken Hand das Gerät hier hinten festhalten und hier an den Pedalen einmal den Rückwärtsgang einlegen. Hierdurch wird nämlich die Kette jetzt auch schon schön sauber. Muss man schauen, dass es sich natürlich nicht verharrt. Und ich mache jetzt einfach mal 30 Umdrehungen mit den Pedalen hier. 30 Umdrehungen sind rum und ich denke, wir können auf jeden Fall sehen, dass hier unten schon der Reiniger schön schwarz alles gemacht hat. Also die Kette wird auf jeden Fall sauber. Und wenn das Reinigungsmittel hier innen drin jetzt zum Beispiel nach ein paar Umdrehungen schon so schwarz ist, dann können wir diesen natürlich auch nochmal austauschen gegen frisches Reinigungsmittel. Wenn wir schon bei der Reinigung sind, würde ich auf jeden Fall hier vorne die Kettenblätter und vor allem auch hier hinten die Kassette auch nochmal mit so einer speziellen Reinigungsbürste oder einfach mit einem Lappen leicht sauber machen, dass natürlich auch wirklich alles bei der Kette gleich sauber ist. Wenn das geschehen ist, können wir unser Reinigungsgerät wieder abmachen. Die Kette wurde gereinigt und wir gehen weiter zum Öl. Wenn wir unsere Fahrradkette jetzt mit so einem speziellen Kettenöl hier ölen möchten, unbedingt darauf aufpassen, dass die Kette hier im Hintergrund auch schon relativ trocken ist. Also lieber noch das Fahrrad etwas stehen lassen nach dem Reinigen und auch auf gar keinen Fall zu viel Öl auf die Kette geben. Denn dann bewirken wir genau das Gegenteil, da zu viel Öl einfach dazu führt, dass Sand und anderer Schmutz viel leichter wieder an der Kette kleben bleiben. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Aus diesem Grund schmieren wir unsere kleinen Gelenke hier bei den Kettengliedern auch wirklich nur mit einer hauchdönen Schicht von diesem Kettenöl hier ein. Das machen wir jetzt mit jedem einzelnen Gelenk hier und durch die Pedale können wir natürlich die Kette dann immer dementsprechend weiter drehen. Bevor ich es vergesse, immer auf der Innenseite von der Kette das Öl auftragen. Also in meinem Fall ist das jetzt der untere Teil der Kette und hier gebe ich das Öl dementsprechend immer von oben darauf, dass dieses Öl in das Gelenk wirklich schön einlaufen bzw. einwirken kann. Meine Fahrradkette ist jetzt hier überall geölt und ich denke, ich brauche nicht sagen, dass dieses Öl auf gar keinen Fall irgendwie auf die Bremse oder etwas ähnliches kommen sollte. Denn dann würde das bei der nächsten Fahrradtour nicht gut enden. Da meine Kette jetzt überall geölt ist, noch einmal den Leerlauf einfach ein paar Mal betätigen, dass das Öl wirklich schön überall reingriechen kann und sich auch schön verteilen kann. Das habe ich jetzt ein paar Minuten gemacht und jetzt noch überschüssiges Öl mit einem Lappen von der Kette nehmen, dass wie gesagt der Dreck nicht so leicht hängen bleibt. Hierfür einfach den Lappen hinhalten, noch einmal etwas Leerlauf und das Öl wird von dem Lappen aufgenommen. Es empfiehlt sich übrigens auch, wenn die Kette hier vorne und vor allem auch hinten in etwa auf Mittelstellung ist, da dadurch das Reinigen und vor allem auch das Ölen um einiges leichter geht, als wenn die Kette irgendwie schief drinnen hängen würde. Und somit haben wir unsere Fahrradkette jetzt auch schon richtig gereinigt und anschließend vor allem auch richtig wieder geölt. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Kettenreiniger, Kettenöl, dieses Kettenreinigungsgerät oder vielleicht sogar gleich eine neue Fahrradkette hier zulegen möchtest, weil deine einfach schon sehr kaputt ist, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.